willkommen zu einem neuen video auf tradingshazen.net heute will ich euch die neuen holzcover für das xiaomi mi 4 vorstellen. xiaomi hatte das mi 4 letztes jahr ungefähr im juli angekündigt und auf der präsentation wirklich schöne holzcover stoffcover und auch ledercover vorgestellt bis heute warten wir noch auf die stoffcover und die ledercover aber die holzcover sind endlich da und die sehen wirklich schön aus das mi 4 ist wirklich ein schönes gerät aber das cover auf der rückseite sieht einfach nur billig aus es ist aus plastik ist viel zu rutschig und jetzt kommen endlich die holzcover die haben so eine kleine angeraute oberfläche es kommt immer auf das holzcover an manche sind ein bisschen rauer manche ein bisschen weniger aber sie liegen alle wesentlich besser in der hand als dieses plastik cover das standardmäßig mit jedem hier mitgeliefert wird deshalb will ich euch kurz hier zeigen wie die cover an dem mi 4 aussehen und wie man so ein cover abnimmt und wieder dran packt dazu gibt es so einen kleinen saugnapp der sind standardmäßig bei tradingshazen immer mitgeliefert in einer günstigeren variante und da geht man einfach an eine ecke drückt drauf und zieht das cover ab das ist eigentlich ganz einfach und funktioniert eigentlich jedes mal manchmal muss man ein zwei ecken ansaugen und abziehen aber das ist auch kein problem das neue cover legt man einfach drauf und versucht einfach an allen ecken einmal kurz dran zu drücken damit es überall klack macht fangen wir mit dem hellsten cover an dem eichen cover und es ist wirklich ein schönes cover es ist nicht ganz so angeraut wie die anderen cover man kann die rillen auch immer ein bisschen fühlen aber es fühlt sich wesentlich besser an in der hand es ist nicht so rutschig wie das plastik cover man fühlt hinten wirklich dass es holz ist mit einer kleinen lackschicht und es ist nicht so rutschig wie das plastik aber das auch wirklich immer oft finger abdrücke hinterlässt das war das eichenholz cover und nehmen bis wieder ab einfach saugnapf in der ecke und ziehen fertig aus hier sieht man auch dass der akku da drinnen ist aber es fest verklebt deshalb bitte nicht rausnehmen kommen wir zum nächsten cover dem nussbaumholz cover das ist wesentlich dunkler und hier sind die rillen mit am stärksten es sieht wirklich schön aus es verleiht dem gerät einen wirklich wertigen look und auch wie beim eichenholz es ist schön rau es ist nicht so glatt und fühlt sich richtig gut an in der hand es hat auch so einen anderen klang als so ein plastik cover das merkt man auch wenn man das in der hand hat nehmen wir es auch mal ab kommen wir zum rosenbaumholz das ist wirklich schön dunkel die rillen sind hier nicht ganz so stark aber es ist meiner meinung nach eins der schönsten weil hier kommt wirklich dieser look von holz und vom smartphone am besten rüber diese dieses dieser mix aus dem weißen front und dunklen holz cover auf der rückseite kommt meiner meinung nach hier am besten zur geltung nehmen wir auch das mal ab und nehmen uns das nächste cover vor das aprikosenholz cover das so im grau look gehalten ist und das ist auch mein absoluter favorit neben dem rosenholz cover das sieht wirklich aus als ob man wenn man es auf die parkbank legen würde würde man kaum einen unterschied erkennen so einer alten grauen parkbank es fühlt sich auch sehr sehr gut an die rillen sind sehr sehr tief und wie gesagt wie die anderen covers ist es matt und nicht so glatt wie das plastik cover kommen wir zum letzten cover da haben wir bambusholz es ist nicht ganz so hell wie das eichenholz hat ein bisschen mehr rillen als das eichenholz sieht aber auch wirklich schick aus vor allem finde ich diesen mix aus weißer front und rückseite mit holz look wirklich besonders das hat man so eigentlich nur bei den motorola bei der x-version die man ein bisschen customizen kann und es sieht auch bestimmt ziemlich gut aus beim schwarzen me 4 als letztes will ich euch noch kurz zeigen dass es hier kein plastik ist das einfach nur ein überzug bekommen hat denn es ist echt holz deshalb werde ich das mal kurz hier aufschneiden und hier sieht man dass es nicht ganz normales plastik ist das einfach nur mit einem look mit einer mit einer folie überzogen worden ist sondern wirklich das holz in der mitte natürlich ist an der außenseite ein lack angebracht worden um das holz zu schützen damit es nicht ganz so rau ist und auch nicht so schnell kaputt geht aber es ist wirkliches holz und da hat sich ja irgendwie wirklich mühe geben denn es ist echtes holz dass ich nicht nur wertig anfühlt sondern auch wertig aussieht ich hoffe ihr habt hier einen kleinen eindruck bekommen und habt ihr es ein bisschen leichter das richtige cover auszuwählen das war's von mir und viel spaß noch bei trading shenzhen punkt net und 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 Vielen Dank.